Willkommen auf den Kanal TabascoTV auf www.youtube.com wo Videos drauf sind zu dem Thema Pokémon Spielen und Zwiebeln und Lebensweisheiten. Heute werde ich eure Kommentare zum Video von gestern beantworten. Bitte like das Video, es würde mir und diesem Kanal sehr helfen. Wer meinen Anime Avatar kopiert wird verklagt. Am Ende des Videos gibt es ein Gewinnspiel. Kommen wir zum ersten Kommentar von Jeremy WTF Was hast du denn geraucht? Meine Antwort darauf lautet Zwiebeln natürlich. Als nächstes kommt ein Kommentar von Alternis Dimm. Ich zitiere Rip Willi Ich werde diesen Waschbär suchen und für Gerechtigkeit sorgen. Meine Antwort darauf lautet Selbstjustiz macht dich nur zu dem was du hast. Hass verändert dich. Wut verändert dich auch. Sei du selbst. Wie Willi es auch war. Der nächste Kommentar kommt von Mele Weiß. Er fragt mich folgendes. Was ist los bei dir? Brauchst du Hilfe? Meine Antwort darauf lautet Zurzeit beantworte ich Kommentare auf meinem Kanal. Danke dass du fragst wie es mir geht. Mir geht es gut. Wie geht es dir? PS. Zapdos hat in der GPL viel Spaß gemacht. XD. Nun kommen wir zu einem Kommentar von Ad Replays. Da steht folgendes. Ich find es nicht sehr unterhaltsam aber besser als nichts von dir zu hören. Doppel Punkt Klammer zu. Meine Antwort lautet Tut mir leid dass dich die Geschichte von Willi nicht so berührt hat wie ich es mir erträumt habe. Es ist auch sehr schön etwas von dir und allen anderen Zuschauern zu lesen. Als nächstes kommen wir zum Kommentar von Schulecker. Er schreibt Warum musste ich bei dem Ende so hart lachen XD. Meine Antwort darauf lautet Weil du kein Herz hast und Zwiebeln für dich nur Gegenstände sind die du in dein Essen tust. Was passiert denn wenn man eine Zwiebel einbuddelt? Sie wächst dann. Zwiebeln sind Lebewesen. Und sie wollen mit Respekt behandelt werden. Nun habe ich einen Kommentar vom Nutzer Der Typ sagt folgendes. Hahaha Endlich mal zünftiger Zwiebel-Content. Meine Antwort darauf lautet Nee du. Kommen wir zum nächsten Kommentar von El Raccojo Willi zu ehren werd ich mir jetzt ne Zwiebel gönnen. Meine Antwort darauf lautet Das ist eine fabelhafte Idee. Um Willi zu ehren. Es bringt nämlich gar nichts unsere Wut nun auf alle Waschbären zu fokussieren. Nicht alle Waschbären sind gleich. Nun kommen wir zum letzten Kommentar. Dieser kommt von Dark Darkrai. Er schreibt folgendes Jetzt erst realisiert dass das ein Countdown ist. Das heißt in wahrscheinlich zwei Tagen kommt Tapsi wieder. Hurra größer 3 Hashtag Zwiebeln sind geil. Meine Antwort darauf lautet Du hast völlig recht. Ich finde nämlich auch dass Zwiebeln geil sind. Und nun sind wir am Ende dieses Reaktionsvideos angekommen. Danke dass ihr mir so aufmerksam zugehört habt. Bitte liked das Video. Es würde mir und diesem Kanal sehr helfen. Bitte abonniert mich. Ich brauche es so sehr. Bitte schaltet euren Adblocker aus und empfiehlt das Video anderen Lebensformen weiter. Ohne euren Support wäre ich nichts. Bitte liked das Video. Spendet Geld auf Patreon und Twitch und dann like ich eure Kommentare und signiere euren materiellen Besitz. Bitte kommentiert unter dem Video. Bitte und nun noch zum Gewinnspiel. PC3-T ... ...